Seit den frühen 60er Jahren Als Tempel ist komplett leer Da schaut der Keeper aber überhaupt nicht Oh, Riesenchance Das ist es dann wohl doch nicht Wohin wechseln, ne? Und einer der größten ist LUTBRO Balogun Aber jetzt kommt erstmal Arsenal Mit Balogun Und so, wenn in England wirklich Stimmung ist im Alley Pally Das schaut nicht für den Darts-Meisterschaft So, außerdem findet er das Tor nicht Erstaunlich für einen Spieler seiner Aber gut Heya Neb Heya Neb Heya Neb Heya Neb